hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft sammelt nicole david und tim david ist gerade afk wir sind gerade noch bei clay farmen und da wird immer fragen und ich bin gerade in einem mehre und suche mit fackel mit hilfe von fackel und tür nach clay da hinten ist ganz viel und nicht mal hin da muss man stellen also ab zur nächsten reihe ich frage wo ich weiß ich merke es mir einfach weil das man sich gar nicht das tut mir leid aber ich kann nichts machen okay ist weg was ich hier mache kann ich kann euch wechseln leute hell dunkel dunkel und ich werde mit dem abbreiten hell dunkel hell dunkel hell dunkel von dem rathaus naja klar wovon sonst dass du überhaupt auf eine idee kommt über was anderes zu denken bin ich ja nicht deswegen nein das ist die tür kommt sind es weg das ist weg da oben ist auch was alle die clay hier ist es ist ein traum jetzt brauche ich alles alles für die mauer die mauer muss weg den gegenteil muss hin das dachte man muss hin ja um amerika 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 great again hoch knapp wo ist jetzt ein clay immer direkt neben mir und einmal direkt neben mir ok so jetzt da hinten wo ich gerade überhaupt clay ab und brauche ich gerade mit dem sand ab und da 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 und da so mit dem clay auch weg jetzt den clay man hier unten ist er gar nichts sieht mit schildern auch kein block immer weg um zu wechseln top in normalen sieht man auch nicht mehr ich glaube nicht dass es am shader liegt oh shit es war knapp wie ist das kein ach da ist noch was so gehen wir zur tür hier und da ist nichts das auch nichts heißt da hinten ist noch ein ball was hui wir sind wenn wir tag voll ist gehe ich nach hause sind zwar noch ein paar stecks dann aber das sollte noch nicht gar nicht mehr so viel sein doch viel nach hause hallo hallo ich bin jetzt an dem meer mittlerweile angekommen und habe da ganz ganz viel alter ist bisher im fluss aber weiter geraten ja aber irgendwann ist kein fluss mehr da ja super koordinaten sind 1150 und 1440 äh 1000 watt ich arbeite gerade mit türen um mich bei luft zu halten weil es mehr total tief ist und ich will gerade nicht in die türe einkommen du kannst doch einfach wasser einmal nehmen äh ja aber mit türen ist sinnvoller weil du mehr siehst wie viel war das 1150 aber mit wasser einmal äh nur ich bin nicht in der tür drin oh mit wasser einmal siehst du halt nichts hallo ich hab nur die kunden hatten geschrieben ach so so ich könnte hier richtig auch mit Fackeln arbeiten was ich auch nebenbei mache aber ich muss halt was sehen wo die ganze clay ist so oh ich hälte das mehr aber ich holz für eine tür ich hab noch eine tür wenn du möchtest hier runter wenn du genau die kunden hatten wenn du genau da runter kommst wo die kunden hat die schlöre ist hier unten an der tür dann kann ich nicht man bleibt man halt hier unten an der tür ne ja mach ich so ich kann ja keine Fackel drin platzieren klar hm 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 ich sehe nicht was ich hab auch Hauptsache ab und war nicht wo die Tür da ist die Tür ach so da war die Tür ok da wenn ich mach die Tür ein bisschen näher dran so ach ich sehe dich wieder jo so ich kann jetzt hier rausbauen und meine ich sie wieder nicht ey ja ich denke Glowstone mega klug gewesen du hast du vielleicht Glowstone dabei ne wieso wäre Glowstone weil ich bin so dumm ja damit man auch was sieht damit er platzieren kann dann immer was sieht so noch was darf noch was so das war's ne ne da sind noch zwei oh die shit so Luft hm hm war das jetzt ich brauche mich auch gerade eh Luft oh jetzt bin ich wieder im Wasser hehe du hast jetzt deine bau die Tür einfach ab da hast du eine eigene ich will jetzt aber jetzt mal wissen was das war ein Bild oder warte wo ist die Tür denn ah Nicole hat es wahrscheinlich gepostet ach du bist einfach deine du bist einfach weiter gegangen und ist das jetzt meine Tür das ist jetzt deine Tür ja Skift Sword was ist das das ist zum Zufall ok muss ich auch vielleicht aktivieren kann ich ja nicht schade was musst du aktivieren dafür müsste ich den Dope Flash aktivieren weil ich nicht habe deswegen auch hä warum ist hier ein Loch mit keinem Wasser drin wo achso ja das gibt es ab und zu das ist ein Chunkfehler oh wie bitte das ist ein Chunkfehler gibt es ab und zu ja aber das ist nur so ein dreimal zwei Loch ja ich weiß das gibt es halt ab und zu ah jetzt kommt das Wasser wieder rein hi oh echt ne hier nicht hier ist nur noch kein Wasser ja weil ich da die Seiten nur nicht weggegraben habe yeah oh nicht nützlich so so what the fuck warum mach ich grad zu schnell oh da ist noch was so wo ist denn noch was da ist noch was also wenn mir Tag voll ist gehe ich nach Hause ich habe jetzt noch äh Platz für vier Stacks kannst du mehr geben ja das genau wie viel hast du denn äh ganze ja also wie viel Platz hast du noch für ganze so hoch äh relativ viel naja grad weg ja klar ja relativ viel heißt ungefähr wie viel ich hab jetzt noch 18 18 ok ja dann können wir noch ein bisschen naja klar dann haben wir noch was da wir eh 50 50 machen machen wir einfach warte warte ja ok egal wir machen einfach unsere beiden mit Tarapol und dann gucken wir später äh so das tut das so erstmal geht das bei Claire eigentlich mit Glück ne weil da immer viel rauskommt egal was passiert warte warum kommen ja immer mehr äh da kommen ja immer viel raus so da ist jetzt wieder ein Block da war noch was ich glaube dazu brauche ich nicht meine Tür setzen shit ich weiß nicht wo es weiter geht aah Luft wo ist noch Clay da hinten noch Clay äh da die ich muss noch Clay boah alter so knapp da unten sind noch mehrere Quellen Clay ah ich glaube auch ich geht ja oh hier ist eine große relativ große nice und meine Schaufelsbrett kaputt scheiße einfach die Tür mal aufmachen damit man nicht gegen die Tür rennt da war es wow sooo das war der Clay hallo äh wird mir doch gefallen richtig knapp gerade ich fühl's so lustig weißt du wenn's so krass dunkel hier unten ist es ist meistens einfach nur vorm raten wo welcher Block war bei mir aber noch ein Stückchen aber noch ein Stückchen ja so dann bis dahin du bist schon voll die unter Wasser Folge oder das ist total unter Wasser man sieht richtig krass in dem Meer so 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 David ich bin übrigens gleich fertig mit dem abbeißen das ist eigentlich alles nur noch das abbeißen vom Rathaus das ist nur noch ja genau das ist eigentlich nur noch Glas mit dem Sample einfach nur noch dieses blaue Glas Leute wird sich grad geändert heute so alter wie viel Clay man äh boah ich bin so froh dass ich so schnell unter Wasser laufen kann ja ich kann's nicht weil ich Schuhe natürlich nicht eingepackt hab boah alter was wirklich noch Platz für 80 Stacks das ist ja mehr als das Doppeldorf bisher äh ne mehr als das was wir bisher haben so rum also das verdoppelt quasi und meint ihr das reicht? für alles? weiß ich nicht ich glaube nicht ey scheiß jetzt wird Nacht und ich sehe dieses blaue Glas nicht also das ist ja schon viel aber vielleicht finden wir ja ein Wassertempel wäre echt geil wenn wir jetzt ein Wassertempel noch finden würden kümmer Sponch jetzt hab ich erst und kann jetzt nicht essen weil Aufnahme ey ich reiß das Glas auch einfach nur ab also halt das jetzt Alter es riecht so gut oh nein ich darf's nicht essen weil ich auch aufnehme ey Tim ich hab grad nen Pulled Pork Burger gegessen ich hab grad nen Pulled Pork Burger gegessen ich hab grad nen Pulled Pork Burger gegessen okay ich werd mal ganz kurz mein Fenster aufmachen damit's hier nicht so riecht ohnen die Marsen und als würdest stinken mach mir gleich selber nen Bagel warum sagt Nicole nicht? um ich David Tim mach mir gleich nen Bagel ah ein Geheimrezept ne genau Also langsam kriege ich Hunger. Wann wollen wir eigentlich noch aufnehmen? Mir egal. Das ist so lustig, Alter. Das ist so lustig, Alter. Diese eine stelle hier hochfügt wieder. Alter. Was ist das gerade gesagt? Das lässt sich... Ich hab den ganzen Abend Zeit. Ich theoretisch auch. Alter, diese Chunkfeder lassen sich so gut mit. Aber ich hab keine Lust mehr auf dich. Ja, Julian, du bist echt schlimm. Ja, ist die Sandy Horst Ability? Ist die Sandy Horst Ability? Julian, das fand ich übrigens scheiße. Dass das nicht in diesen Ausschnitte von mir kam. Ach so. Ah ja, tut mir leid. Ich hab's vergessen. Was ist denn, Nicole? Muss ich das Haus jetzt gerade fertig bauen? Das wäre gut. Äh, nö, musst du nicht. Mach ich auch nicht. Ja, okay, wenn du David spielen willst, dann nein. Du musst das für dich jetzt irgendwie nicht gerade hinlegen. Ja, du kannst es machen. Das ist... Nein, nein. Nein, wenn du Kopfschmerzen sagst, dann musst du jetzt hier spielen. Ob du willst und nicht. Ich leg mich mal. Nein, stopp. Gute Wetter. Money disconnected from your channel. Stimmt, hab ich nicht dran gedacht. Sollen wir doch zurückgehen? Vielleicht finden wir ja das Ende, Julian. Oh, ich hab den neuen Schack gefunden. Echt? Wo bist du? Ja, Alter. Wo sind Koordinaten? Siehst du mich nicht? Keine Ahnung, wo du bist. Ich weiß nicht, in welche Richtung du bist. Das ist nicht wirklich weit weg. Äh, Koordinaten. 1334. Äh, 67, weil ich halt hier oben stehe. Und 1580. Ja, nicht so weit weg, über 200 Blöcke im Meer. Ja, aber du siehst sogar richtig, Alter. Oh, ich hab ne Höhle gefunden. Ist auch unter Wasser. Also, du musst ja auch normal spielen, damit es sich leckt. Sichtweite normal. Lol, Alter, das sieht richtig geil aus. Lol. Oh, das wäre hier schon mal jemand gewesen. Also, ich seh's noch nicht mehr, ich bin jetzt bei 1200. Ich seh dich. Boah, Alter, wie lange ich brauche, um zu schwimmen. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja, wo bist du denn rechts von mir? Nee. Ah, da, da, doch. Wo sieht man's jetzt? Hier jetzt schon auf, ich bin genau am Rand. Hä? Und woran siehst du das? Weil das plötzlich weg ist. Wie, das ist plötzlich weg? Siehst du, was ich meine? Was ist plötzlich weg? Guck doch einfach mal hier runter. Das ist zwar auch mehr, aber... Achso, das ist auch mehr. Achso. Jetzt seh ich, was du meinst. Aber das ist auf jeden Fall um einiges tiefer. Scheiße. Das stimmt. Oh, noch tiefer. Okay, achso, ist auch Gravel. Da unten ist nichts. Da unten kann kein Gläsern. Ach, scheiße. Das ist Gravel. Hier würde ich jetzt mal sagen, was für eine Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David Lennart... Ach, David, Tim und Nicole, die jetzt nicht mehr dabei ist. Wenn es sich gefallen hat, dann lasst eine... eine Daumen nach oben da. Und... Tschüss. Tschüss. Äh. Äh. Tschüss.